Willkommen zu einem neuen Teil, peinliche Fotos, die peinlichsten Fotos und zwar mit einem freshen Gast heute und zwar Leipo ist Melina, ich hab noch Essen im Mund. Du isst ja gerade die Schokolade von Weihnachten auf. Nein! Melina Minaj ist am Start, ihr seid alle am Arsch. Melina kam irgendwie auf die Idee, lasst uns Tamagotchis holen, direkt in Nostalgie verfallen und Dreck gesagt, boah, wir brauchen diese Dinger. Ja man, ihr sagt so, ah, die sind ausverkauft, ah, hier hab ich noch genau zwei Stück und da dachten wir Schicksal mitnehmen. Und wir, wir gucken uns so an, so. Wow! Aber die sind irgendwie aufgewacht, haben sich so digitiert in so ein Ultra. Haben kurz geschissen und sind dann wieder schlafen gegangen eigentlich. Die haben so viel geschissen. Yeah! Ich kenn deine Fotos noch nicht, du kennst meine Fotos noch nicht. Richtig, ja. Vielleicht ist es eigentlich gut, vielleicht sollten wir es auch so lassen, ich weiß es nicht. Ja, ja, eigentlich schon, aber egal Leute, wir zeigen sie euch einfach. Okay. Wer ist das? Wie warst du da? Ich glaub, ich war so irgendwie 15. Hä, ist das Band reingemacht mit Fotoshoff? Nein, nein, das Band hatte ich wirklich um meine Haare. Das war einfach nur das, was man sich so beim Schminken drum macht und ich so voll auf cool. Yeah! Alter, das bist doch nicht du. Doch, das bin ich. Das sieht so aus, als hättest du ein mega Kondom auf dem Kopf. Was ist das? Ich hab meine Haare gefärbt und dann musste man das irgendwie so so zuhalten. Deswegen hab ich einfach so einen gelben Sack drüber getan. Ich hätte dich wirklich nicht erkannt. Ich hab mich selber nicht erkannt. Hätt ich nicht mit gerechnet. Ich mach direkt mal weiter, das ist mir grad zu peinlich. Gestern hast du das auch gemacht. Ja. Das ist mein Handy. Weil wir dasselbe Handy haben. Vor allem, ich hab schon so gedacht, das ist doch mein Klingel. Ja, ja. Hä? Warum hab ich dein Handy? Du musst mal wiedergeben. Hey, du siehst aber auch mega anders aus. Vor allem, vor allem, siehst du, alles ist schwarz-weiß. Ja. Aber meine coole Red Bull Anhänger-Kette, die hab ich farbig gemacht. Made by Color Magic. Ich könnte das so bunt machen und dann Regenwohle machen. Wow! Was ist das? Das ist was wie ein Gemüse. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Alien from Outer Space. Das sieht aus wie irgendein Zeichentrickfilm oder so. Son Goku Final Form. Nein. Das ist geil, ne? Das ist hammergeil. Das willst du auch haben. Aber? Ja, krieg ich auch so ein Gemüse. Hey, das ist doch schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Wunderschön. Also, die Natur im Hintergrund. Oh, voll die geile Natur und dann... Was ist das mit dem Pony? Ja, und du lachst über meine grünen Haare. Das ist so. Und was mach ich da? Wie süß! Aber du hast richtig auf Gangster gemacht. Ja, mega. Ja. Aber guck mal, wie traurig ich eigentlich war. Ich muss das. Du hast auf jedem Bild bis jetzt traurig ausgesehen. Du hast immer so geguckt. Das ist voll süß. Die Hose, en flieg. Und die Stirnband, en flieg. Und auch das Hemdler drüber. Sind das Dinosaurier? Das ist so alles Eu-Lily-Style. Meine Mutter damals bei Eu-Lily gearbeitet. Ich musste die ganze Zeit mit Eu-Lily tragen. Echt? Das ist so bunt alles. Ja, das ist richtig ultra bunt. Sogar die Küche ist bunt. Krass. Ich glaube, die ist auch von Eu-Lily. Nicht, tschüss. Auf jeden Fall harter Gangster schon in dem Alter. Das ist ja echt schön. Das ist nicht schön. Das ist so ein Foto, das man so findet bei Google. Ja, stimmt. Wenn du so ein Restaurant suchst. Genau, Restaurant. Braue und Alkohol. Ach, das ist Alkohol? Ja. Da war Milch drin. Wow. Wow. Take a moment. Wow. Du hast die Träger deines Tops nur über deinen Nippeln. Dein Blick. Hallo, du kannst ja nichts gegen meinen muskulösen Körper sein. Ich finde das, ja gut. Da hast du so einfach so, ich zeig meine Muskeln. Ich ziehe meinen Top so weit runter, bis die Träger über meinen Nippeln sind. Hey, das hab ich so gekauft. Das ist so. Also. Mann. Nein, also, ja klar, guter Körper und so, ne. Muss man sagen, so. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen zeigen. Da muss man ein bisschen zeigen, ja. Und dann dachtest du einfach, du ziehst so weit runter, bis die Träger echt... Ich dachte so, boah, das sieht geil aus. Kennst du diese Badeanzüge, die hier unten sind? Ja. Lieber weitermachen. Weitermachen? Ja, ja. Oder noch weiter anschauen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das bist du. Aber nur die Augen, siehst du aus wie... I will murder your whole family. Ja, ich sehe euch richtig aus wie so ein Massenmörder. Ich hab gesagt, ich hab früher schon Grimassen gemacht. Das hat einfach nicht aufgehört. Vor allem hier drin ist auch ein bisschen Euleli. Mhm. Frag mich immer, wieso. Hä, schielst du? Ja. Ja? Ich hab's so gemacht. I can never get enough. Du hast das gerne auch vor, das ist ein bisschen leicht von unten. Ja, aber das macht man doch nicht. Ja, sag dir das selber. Das macht man doch nicht. Mach's nur so. Tschüss. Was? Ja, gut. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade so... Was geht ab? Ja, da hast du dir. Guck mal, ich sehe doch deine richtigen Haare. Ja, gut. Aber das sind doch deine Augen, oder nicht? Das ist mein Gesicht und das ist auch mein Bart. Nicht. Aber es steht dir. Jetzt musst du nur noch die Haare hinten zu so einem Bann machen und dann... Ja, genau. Dann ist es schon wieder modern. Back to the roots, oder? Aber was ist davon von dir? Sind das deine Augen? Ja, Mund, Nase, alles. Echt? Ja. Was? Und das T-Shirt auch, glaub ich. Wisst ihr, wer so ein Bart hat? Wer? Jan Winter von 61 Minuten Sex. Hat der mir nachgemacht? Ja. Jan Winter. Jan Winter, Mann. Als Willems wieder aus Jumanji rauskam, und dann sah der genau so aus. Der sah echt so aus. Ja, du hast Ähnlichkeiten. So. Das ist nicht lange her. Das war vor zwei Jahren. Das ist wunderschön. Ich finde es auch wunderschön. Deswegen habe ich das Bild auch da reingenommen. Heute kann ich lieber schlafen. Was? Hä? Was? Nee, ich darf nicht Albträume. Aber es ist ja deiner, ist mir egal. Wecken, 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 wecken. Kann man denn wecken? Das bist du! Hä? Das war das... Was ist das? Wie geil! Sonst hättest du so kleine Beine. Aber die ist echt so cool. Das hast du dazwischen gemacht. Vollidiot. Guck mal wie süß und unschuldig die aussehen hat. Das ist echt so... Und die Knarre so... So größer als ich. Ich hab's einfach auf der Ecke gefunden. Da dachte du überhaupt... Hast Melina gegoogelt, hast du gefunden? Ja, genau. So Leute, ich hoffe euch hat's gefallen. Wie hat's dir gefallen? Mir hat's sehr gut gefallen. Liegt doch nicht mehr. Schaut auf jeden Fall bei Melina vorbei. Jeder kennt Melina bestimmt. Das ist das Mädel, die auf jeden Fall... Ihren eigenen YouTube-Kanal gehackt hat und all ihre Abos verloren hat. Lass bei mir! Ja, auf jeden Fall, lasst ihr auf jeden Fall ein Abo da. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann schaut's euch einfach mal an. Lass noch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann! Ciao!